und raus damit endlich mal wieder hier schön hecht angeln an der alten festung so soll das sein ich teste hier schon wieder so verschiedenste spots und so und ja was passiert mir da da rasselt mir doch tatsächlich gerade hier in der nacht oder in den frühen morgenstunden schon bald nen aal rein natürlich nicht auf der hechtroute ist ja klar aber schön auf den beiden grundrouten beziehungsweise in der nacht hatte ich drei grundrouten draußen und zack habe ich da auf einmal einen schönen aal dran und direkt hinterher noch ein gucken wir mal eben rein hier sind sie genau ich habe mir schon verschiedenste stellen irgendwie abgeklappert und jetzt gerade eben hier ballern mir hier zwei aale rein 2,9 kilo 1,3 kilo und lüpp würde ich sagen und der gollum auch direkt hierhin gereist erst mal fischfetzen reingeschmissen und zieht hier auch erst mal 3,8 aal rein richtig gut hier bimmelt es gerade auch schon wieder im moment hier am tag eher so ein bisschen was entspanntes allerdings ging auf auf den tauwurm gerade auch schon der nenschuppenkarpfen mit acht kilo ist auch gerade hier reingeballert also es geht hier ein bisschen was an der stelle kann natürlich auch mitunter daran liegen dass es jetzt gerade hier dieses wunderbare regenwetter ist ich teste jetzt gerade noch mal ein paar topwater köder hier auf hecht ich hatte gerade schon ein bisschen durch gejerk von alles und bin jetzt gerade dabei bei den selbstgemachten topwater hat auch gerade schon wieder eine begegnung der der ganz anderen art 1,9 kilo 1,9 kilo hecht kilo weniger als der und die action bar komplett am eskalieren alle ja da waren einfach noch die schlechten haken dran so kann das dann natürlich gehen aber bisher der gelbe hier von den topwater von den selbstgemachten sieht schon ganz gut aus macht schon ganz guten eindruck ist natürlich jetzt relativ klein relativ kleines gerät gucken wir mal bei den anderen walkern nehmen wir mal den roten schön aggressiv mal gucken ob da was geht einfach mal so ein bisschen durchzuppeln wenn man topwater noch nicht kann funky minnow soll auch funktionieren oder funktioniert auch hatte ich ein bisschen rumprobiert funky minnow bei den funky minnows immer darauf achten dass ihr die f serie nehmt weil wenn ihr da ich kann ja gleich mal ran machen wenn ihr den da dann einkurbelt gucken wir mal nach eben nehmen wir mal den funky minnow 15er serie hier ist er so natürlich auch da vernünftige puschelhaken dran machen bzw stabilere haken nicht die basics verwenden ähm und dann eben wenn ihr den auswerft kann man die einholgeschwindigkeit zum beispiel relativ hoch machen hier so und dann einmal nur mit mit turbo kurbeln einmal so ganz kurz antippen und dann man sieht es bei dem regen so ein bisschen schlecht da steht schon hier das das twitchen ich hoffe genau davor oder das twitchen und dann und dann guckt man einfach auf die schnur wenn die wieder hoch geht es ist hier runter geschossen jetzt geht sie langsam wieder hoch man kickt quasi man kickt den köder immer so ein bisschen wieder runter und das ist eigentlich auch genau die die bewegung die die hechte so triggert bisschen warten wieder ein bisschen kurzer kurzer kick man hat hier wie gesagt die ganze zeit das twitchen stehen und die ja die hechte in der regel werden sie davon natürlich genau da sieht man da kommt er hoch so weit muss man es natürlich nicht machen aber dann kommt halt durch diesen kick zack geht er runter zack geht er runter also diese bewegung ist das oha jetzt ist natürlich jetzt ist für mich natürlich jetzt wird es langsam spannend wir haben langsam die abendstunden also sollte hier tatsächlich gleich in dieser mal so nach also sagen wir mal bis 22 uhr ungefähr bleibe ich noch auf hecht und dann schmeiße ich gleich die dritte route auch noch rein wenn es richtig dunkel ist wenn der hecht dann nicht mehr beißt dann habe ich drei roten auch hier auf aal ich bin übrigens übelst dick unterwegs ne also ich bin gar nicht mal gar nicht auf aal aus so richtig ich habe einfach mal meine mein set eben schnell umgebaut auf inline montage und hatte da noch 13 kilo vorfach dran einser haken aber auch das wie gesagt ja funktioniert ich hatte vor vor monaten ja tatsächlich auch eine aalt trophy auf 31 vorfach also der aal ist da anscheinend vor nichts fies was man vielleicht merkt bei bei zu großen haken habe ich manchmal den eindruck dass da der biss kommt aber der manchmal dann doch nicht dass er wieder abflutscht dass das vielleicht ein kleiner aal war oder so und dann zieht er und dann hast du auch kurz action an einer schnur zack zieht ab und dann ist aber wieder weg halt nicht ganz so geil ne so testen wir noch mal ein bisschen die walker nehmen wir mal diesmal hier fangen wir mal nehmen wir mal mit so ein bisschen intensiveren vielleicht gleich nochmal den grünen oric walker als top water auch mal wieder top müssen wir mal ein bisschen kleiner rangehen langsamer auch da wollen wir das ist quasi das umgekehrte der oric walker als top water der sinkt ja ab der fällt ja runter zack auch das triggert natürlich gerne gerne auch den barsch algen sehr gut aber die ganze serie die oric walker auch immer wieder zu empfehlen ugly fellow als top water auch mal wieder zu empfehlen und immer wieder schön absinken lassen und das ist halt das schöne ich finde halt gerade beim beim top water angeln das ist halt so ein bisschen entspannt man muss es nicht so hundertprozentig machen man kann da so ein bisschen so ein bisschen wild hin und her werfen und in der regel mache ich halt so zwei drei würfe teste was im idealfall hat man eben relativ schnell relativ schnell einen biss und zack viele rotaugen in letzter zeit auf tau wurm hatte ich äh gestern und vorgestern auch schon das ist aber schon ein bisschen ein bisschen kostspielig einserhaken tau wurm und dann so ein 300 gramm rotauge na nicht ganz so ideal zack gehen wir mal da rüber und dann entspannt ein bisschen durchziehen absinken ein bisschen warten wie gesagt diese diese pausen zeiten immer wieder wichtig wenn da gieren oder twitchen da steht auch mal ruhig wie gesagt pause machen dass dann auf einmal da der hecht angeschossen kommen kann und auch noch hinterher kommt aber das triggert gerade nicht so sehr also weiter testen wie gesagt der hier der selbst gebastelte der ging schon ganz gut nimmst ach nehmen wir mal die hier oric walker ey wir gehen mal weit jetzt hier schön raus ballern ja jetzt haben wir schon mal nach 18 uhr 19 uhr sogar schon erster kleine das heißt so langsam so langsam so langsam kann der aal mal kommen auch hier jetzt nur ganz leichtes rein zippeln ganz kleine bewegungen und dann immer wieder warten tja das regenwetter das regenwetter es gibt es gibt viele die sagen ja alle bei regenwetter da geht aber der aal dann hoffen wir doch mal dass das regenwetter noch ein bisschen bestehen bleibt heute ich würde ja noch ein paar alle mitnehmen so zwei drei kilo dinger das schmeckt doch schon soll ich schon greifen oder noch nicht ja der zieht ab zack anschlagen auch wieder fettes rotauge ja wie gesagt von der reichweite ich habe da einfach so mittig reingeballert also ich habe das gar nicht irgendwie jetzt ich habe das ja nicht geplant mit den aalen ich habe das ja nicht geplant einfach reingeballert hier vorne da so in die in die grütze und gut ist ich würde sagen ich ziehe jetzt hier nochmal ein paar durch und dann gucken wir da gleich nochmal rein so jetzt haben wir schon langsam jetzt wird schon langsam richtig dunkel hier letzte mal nochmal eben hier raus geworfen gucken ob da noch ein bisschen was geht gerade sogar einen kleinen döbel hier drauf gehabt die selbstgemachten da kommen alle gehen noch die selbstgemachten topwater abgefahren oh 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 es bimmelt schon los ist das jetzt schon wieder ist schon wieder Saison nehmen wir mal direkt hier den nächsten zack und raus damit einmal hier mit einem fetten Fischklumpen so da nuckelt irgendwie was ich habe hier auf dem auf dem Setup 15 Kilo Mono drauf ich könnte insgesamt eigentlich feiner dran gehen könnte ich eigentlich gleich mal machen ich bin hier eigentlich viel zu viel zu massiv unterwegs fürs Aalangeln klassisch ist ja 7,7 nach Vorfach Vierer Haken bis Einer Haken würde ich sagen ähm ja also nicht ganz so massiv drangehen der Aal ist ja jetzt auch kein kein Monster von daher kann man da ruhig deutlich feiner drangehen um vielleicht da nochmal eine etwas höhere Chance zu haben ähm ja aber wie gesagt bisher erschreckenderweise regelrecht ähm die ersten Aale sind auch so reingerasselt alter und da geht er rein ey ich bin hier gerade noch schön am tippen was haben wir denn da ey oh 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 das ist aber agil ist das auch Aalgiel? nä ja ha 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 alter mit Ankündigung vorhin schon im Chat ich werd weich alter ich werd weich ey läuft läuft der Aal alter und das nur wegen dem geilen Aal Shirt ich sag es euch hundertprozentig alter ohne Aal Shirt ne Link unten unter dem Video direkt auf Amazon ich hab das erstmal neu reingestellt alles aktualisiert hundertprozentig Aal Trophy alter ha 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 Plus fünf auf Aal Trophy ey easy und da wird schon gefeixt hier alter im Chat ja läuft ihr Lieben ey so muss das doch sein so soll das doch sein ist dat nicht schön beim Hechtangeln vor Langeweile einfachmal zack! auf Aal Richtig schön. Schreibt er früher noch im Chat. Und zum Mittag gibt es dann die Ahl-Trophy. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben zwölf Uhr. Ahl-Trophy. Abgefahren. Kann weitergehen. Das passiert halt. Ahl-Trophy gefangen. Dann bimmelt es halt ab hier. Und der nächste 1,486 Jawollski. Alter, da sagt mir mal einer da sagt mir mal einer wo findet man denn hier Ahle? Es gibt, alter Post. Es gibt keine Ahle mehr. Lüpp doch. So muss das sein. So muss das sein. Ist natürlich immer ein bisschen Wartezeit zwischendrin. Aber bisher sieht das doch schon ganz gut aus hier. Wunderbar. Gucken wir mal, was so der ganze Abend noch bringt. Vielleicht ballert ja noch einer rein. Ich mein. Super Trophial. Hab ich noch nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und der ballert noch mal was rein. Oha. Kann natürlich auch immer ein Amur hier reinballern oder sowas. Ist ja auch gefährlich hier. Oder ein Karpfen. Alter, noch mal ein schöner Schuppi hier. Sehr gut. Sehr gut. Der ging mal auch ganz gut raus jetzt hier. Ratzfatz. Wenn man überlegt. Ich hatte ja mittlerweile oder in der Zwischenzeit hatte ich ja umgebaut. Alles auf 9,8 Kilo. 9,8 Kilo Setup jetzt insgesamt. Entbimmelt und entbimmelt. Also, so langsam würde ich sagen, wird es ein bisschen ruhiger. Ich lasse die Routen allerdings immer noch drin auf Aal. Und zwar immer in der Regel so bis ungefähr 10 Uhr. 10 Uhr, 11 Uhr vielleicht manchmal. Beziehungsweise hier in dem Fall. Ich bin ja eigentlich auf Hecht aus. Probiere ich es natürlich gleich nochmal weiter. Das heißt, ich werde gleich den Fischfetzen rausnehmen. Das ist eh dann schwerpunktsmäßig eben nur entweder auf Quappe oder eben auf Aal. Oder auf Grundl. Und dann nehme ich den Fischfetzen raus. Werd diese Rute ersetzen durch die Hechtrute. Schön weiter auf Hecht rum probieren. Mit verschiedensten Ködern. Und dann bleiben natürlich links und rechts die beiden auf Tauwurm. Die bleiben noch weiter drin. Vielleicht gibt es ja nochmal so einen Nachmittags-Aal oder so. Und der hat dann irgendwie Bock. So, ich werde es nochmal ein bisschen durchziehen. Dann gucken wir gleich mal auf die Uhrzeit. Dass wir also gegen 10, 11 Uhr hier raus sind. Und dann sehen wir uns gleich natürlich beim Verkaufen. Gucken wir mal rein in den Kescher. Na, dann schauen wir doch mal rein, was denn der Kescher so gebracht hat. Zunächst natürlich der Blick ins Café. Ja, nee, leider nicht. Keine Zielfische dabei. Tja, dann gucken wir doch einfach mal direkt in den Fischmarkt. Das kann sich natürlich sehen lassen. Und wenn man jetzt hier alleine... Nehmen wir einfach mal hier die eine, die letzte Stunde sozusagen. Sind wir da natürlich aufgrund der Aaltrophy schon bei 350 Silber. Nehmen wir die mal raus. Sind es immerhin noch 78 Silber für die paar Fischis. Und wenn wir da in Gänze reingehen bei 518 Silber. Da sind natürlich jetzt die ganzen Aale drin. Aale von zwei Nächten, muss man jetzt natürlich sagen. Da sind natürlich auch die schönen Schuppies mit dabei. Und Hechte. Hechte war eigentlich, ja, der eigentliche Grund, warum ich hier war. Ich habe an verschiedenen Stellen probiert auf Hecht. Direkt links neben der Brücke. Dann da hinten halt diese gute alte, bekannte Hechtecke. Ich werde noch weiter auf Hecht gehen und suchen. Aber ich werde auch zwischendurch noch weiter auf dem Aal probieren, Alter. Schön rausziehen die Aale. Petrie Schlingels zieht raus die Brocken. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags in der Regel ab 21 Uhr. Petrie.